Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Sagt der Taube, ich kann diese Behindertenwitze nicht nur hören. Sagt der Blinde, das seh ich genauso. Der Montagswitz... Das war der Montagswitze die Woche. Wieder ein Danke an Boris Trinkler. Ich amüsse mich großartig über diese Blindenwitze. Ich hoffe ihr auch. Nehmt sie mit, erzählt zu euren Freunden. Habt einen guten Start in die Woche. Und lasst mir ein Abo da, damit ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Beim Montagswitz. Bis dahin, pfiat euch, Baba.